Guten Tag, mein Name ist Barbara Simonsen. Ich bin Inhaberin von Simonsen Management in Ratzeburg bei Lübeck. Und hier im norddeutschen Raum schätze ich mittlerweile Wind und Meer, auch wenn ich als Schweiz renne, ab und an die Berge vermisse. Mit meinem Unternehmen Simonsen Management unterstütze ich Führungskräfte auf neuen Positionen, das Führungshandeln von Anfang an kompetent zu gestalten. Wenn Sie als Führungskraft mit mir zusammenarbeiten, gewinnen Sie leicht Sicherheit, Sie wissen, wie Sie Stolpersteine umgehen können und schwierige Situationen meistern können. Und Sie fassen leicht Fuß in Ihrem Verantwortungsbereich und entwickeln Vertrauen und Akzeptanz im gesamten Unternehmen. Das sind die Führungskraft mit einem Plan des Hilfers. Und Sie sind die Führungskraft mit einem Plan der GmbH-Sendungen, die im Justizien der GmbH-Sendungen, wie Sie sie gewinnen. Untertitelung. BR 2018